Ich konnte lernen, wann es mir gepasst hat. Ich habe die Qualifikation, die ich wollte, erreicht. Wir hatten Dozenten mit wirklich Fachwissen. Studieninteressierten würde ich raten. Ich würde ihnen einfach die Wings weiterempfehlen. Ich konnte lernen, wann es mir gepasst hat. Ich konnte die Prüfung so schreiben, dass sie in meinen Tagesablauf gepasst haben. Wir wurden von den Dozenten gut abgeholt. Wir hatten Dozenten mit wirklich Fachwissen, die das auch authentisch rübergebracht haben. Dass es sehr viel Spaß gemacht hat, dass ich es jederzeit wieder machen würde und wirklich auch überlege, den Master noch zu machen. Ich habe die Qualifikation, die ich wollte, erreicht. Dadurch auch meine beruflichen Ziele weiter vorangetrieben. Jetzt stehen wir hier stolz wie Bolle und feiern das. Ja, das ist so cool. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das.